Sie haben Probleme mit Madern an verschiedenen Orten in ihrer Umgebung? Hier sind schnelle Maßnahmen gefragt, um kostspielige Schäden frühzeitig zu verhindern. Madern nisten sich oft unbemerkt ein. Sie werden erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Beißt ein Mader beispielsweise die Bremsschläuche durch, ist ein Unfall kaum mehr zu verhindern. Die Tiere bevorzugen für den Menschen schwer zu erreichende Orte. Nicht immer ist ein Stromanschluss verfügbar, um ein Gerät anzuschließen. Die Mader hinterlassen ihre Exkremente und beschädigen ihr Eigentum. Vor allem auf dem Dachboden eingelagerte Kisten oder Kartons sind vor Madern nicht sicher. Um die Gefahr eines Maderbefalls in Haus und Auto vorbeugend zu minimieren oder bereits eingenistete Mader zu vertreiben, empfiehlt unser Tiervertreiber-Experte Mr. Gardigo den Maderfrei Mobil Ultra von Gardigo. Unser Prinzip ist einfach. Platzieren, anschalten, Maderfrei. Die ersten beiden Schritte übernehmen Sie den Rest unserer Technik. Unser Maderfrei Mobil Ultra vertreibt Mader effektiv mittels Ultraschallintervallen, wird über Batterien betrieben, hat eine effektive Reichweite von 40 Metern, ist mit einem Vibrationssensor ausgestattet, der das Gerät während einer Autofahrt deaktiviert, um somit Energie zu sparen und verfügt über einen separaten An- und Ausschalter. Der Ultraschall wirkt störend auf das Gehör von Madern. Das macht den beschallten Ort unattraktiv, sie ziehen sich zurück oder nisten sich gar nicht erst ein. Für Lebewesen ist der Ultraschall des Maderfrei Mobil Ultras in keinster Weise schädlich. Der Maderfrei Mobil Ultra von Gardigo. Mobiler Schutz für Auto, Haus und überall. Sie haben auch Probleme mit Hunden und Katzen? Wir haben die Lösung. Erfahren Sie mehr auf www.gardigo.de oder besuchen Sie uns auf Facebook. Untertitelung im Auftrag des ZDF,